So, jetzt sind wir mit mehr Leben in diesem Level. Uhuhu. Ja. Was ein Wunder ist. Na? Sicher, ist das ein Wunder hier. Das war keiner wehen. Hi. Nein. Wenn wir ihn dürften, kann ich das hier so oder so nicht. Ich kann als Eber kein Teil. Nein, warum fällt er auch noch in die Lava rein? Ist er behindert? Mario aber eben auch. Mir geht's nur darum, dass ich irgendwie Platz vierter oder so werde. Ja, du Scheißstein, verpiss dich. Oh, hau ab. Ja, Mario, du Wichser, hau ab. Wie deine Mutter vögeln. Na, ist doch dein, wenn Luchi sein Bruder ist. Was soll der Scheiß, der neben von Yoshi? Toll. Boah, so verpiss dich. Äh, Yoshi, hau ab. Du weißt nicht, wie der erste reinkommt. Was dienst du doch nicht? Und bist du eigentlich Zweiter? Wann hast du mich überrundet? Oder überholt? Ich hab dich schon lange überholt. Frechheitiger. Ich bin dritter, vor allem. Ist egal, muss ja nur 1 und 4 sein. Vierter Runde erst. Super, Lenk weiter nach links, ist klar. Super, top. Ich drück ganz schnell, ich spell mir mal ganz schnell die Garsters. Immer wenn ich um die Kurven fahre, dann schaffe ich das wenigstens auch. Top. Oh, jetzt hab ich kein Item bekommen. Nein. Top, dass du Achter bist, meinst du? Klar. Mann, das müssen wir jetzt aber schaffen. Geh weg da. Boy. Fahr, 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 fahr. Nein, nein, nein. Nur weil ich dagegen gefahren bin eben. Nein, nein, nicht, 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 nicht. Nein, nein, nein. Fack, 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 fack. Ja, toll. Schau ich nicht mehr. Toll. Nur weil ich eben vor reingefahren bin. Fünfter. Warum machst du das? Keine Ahnung. Lass mich in Ruhe, echt. Warum soll ich dich in Ruhe lassen? Ich kriege gerade echt dann zu viel. Wie kannst du schneller sein, Totten? Die letzte Runde. Letzte Runde eben. Toll, Centus. Voll, miese Brise. Nervt nicht. Meine Fresse. Todes Schwadronenlevel hier. Ja, noch mehr Gas. Bisschen Reifen durch Qualm. Ich darf nie mit den Fettsäcken in einer Reihe. Ne. Kriege ich hier einen Raster. Ja, ne. Vor allem, diese fünf Runden sind immer der Hammer, echt. Boah, Bowser, du kleine Missgeburt. Ich hoffe, mich zur Seite zu kicken. Ich weiß nicht, wie oft, wie... Wann ich das jetzt mal so geflucht habe, in der ganze Zeit, echt. Es ist nicht nur Retro-Time, sondern Fluch-Time. Auch nur bei dem hier so relativ. Geh weg, dann Mario. Ja, was geil ist, wenn ich rambe ihn gerade noch und dann kriegt er mit einmal so einen Zauberstern. Ich hasse das. Bowser, du Wichser. Ja, wo sie erstmal schön den Weg freigemacht. Ja, toll. Nein! Boah! Nein! Was? Warum? 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 Warum fahr ich da rein? Warum fahr ich in die Schessler rein? Ich doch nicht. Alles deine Schuld, Flirsch. Ne. Doch. Ich sag einfach doch. Nein. Geh weg da. Boah, ich hasse dein. Hat. Stein. Stein. Stein Schaloch. Stein Schaloch. Was du magst, Popperloch? Ne. Überwander. Boah, vierte Runde, erst der in Ernst. Ah, shit. Hi. Du bist hinter mir. Tschüss, Mario. Jetzt bin ich hinter dir. Ich habe Mario eben ein bisschen nach hinten gedrängt. Hi. Hi. Jetzt bin ich vor dir. Hm. Nee. Jetzt nicht mehr. Weil ich diese Kurve so scheiße gekriegt habe, deswegen. Yay, ihr Freundsprung. Jawohl. Ach, Feind, was? Ja, eine Runde haben wir jetzt noch. Geh mir aus dem Eck, du Scheinstein. Aber der kann es auf jeden Fall mit Stern kaputt machen, das weiß ich. Ja, das weiß ich ja auch. Boah, ich habe durchgekommen eben. Boah. Boah. Sechs, jetzt müsste ich Zweiter sein. Jawohl. Jetzt bin ich Dritter. Vierter. Äh, Vierter? Äh, Mario, vor dir war. Ja, du mir auch. Erinnere mich nicht an diese Scheiße. Boah. Äh, oh nein. Nein. Scheiße. Beim ersten Gas geben, den zweiten Auslassen, den dritten Gas geben. Nein, ich mache immer alle drei. Und das klappt sonst auch. Äh. Ich wollte schon, was ich zu machen habe. Naja. Ich drücke nur im falschen Moment. Ja, wie kurvenlastig ist das Ding noch? Richtig kurvenlastig. So. Geil und kurvenlastig Martor. Sollte das? Ja. Gar nichts. Boah hat mich ihm zur Seite gekickt. Ach ja. Ja, rief doch mal hier immer durch die Gegend, du Affe. Toll. War ich nicht. Ich Schlammschubser. Boah ey. In dem Moment. Wo ich Gas gegeben habe damit. Hau ab, Pilz. Mann. Ja, voll in die Banane rein. Ist klar. Die nehmen den Öl? Nein, in der Korbe direkt. Fettzack, boah. So ernsthaft. Ach da. Ernsthaft. Boah, Diesel immer mit den Hüpf-Power da. Natürlich habe ich jetzt nichts bekommen. Dankeschön, das hast du gut gemacht. Ach so, so tue ich dir aber was gut. Ja, trotzdem, wenn man so blöd in den Korbe butscht, dann klappt das auch nicht. Dann bringt das nichts wirklich. Ich komme am Bruder nicht vorbei. Nee. Ich zeige schon nicht. Ah, jawoll. Stopp. Stopp. Die Wette gilt. Nein. Ernsthaft. Ja, ernsthaft. Spacki Kacke. Übertreib. Siebter. Übertreib noch mit siebter. Vierter. Jetzt werde ich auch noch letzter. Auf dem Treppchen. Oder gar nichts. Nee, gar nichts. Ich kriege nur einen Punkt. Du kriegst einen Punkt. Mario zweiter und ich bleib dritter. Ich bin der Meinung, ja. Dass ich als vierter nur einen Punkt. Ja, jawoll. Treppchen. Du bleibst dritter. Trappchen. Ich bin nicht auf dem Treppchen. Oha. Halleluja. 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 Egel. Das ist ja so eine Scheiße. Egal. Immerhin. Aber wir machen das trotzdem nicht nochmal. Ihr könnt uns mal so am Arsch lecken. Arschleckos. 38 Minuten und die ganzen Felser sie drin. Congratulation. Geil, Bronze. Jetzt war es vier Folgen. Also werden vier Folgen eigentlich. Ja. Dann werden wir sagen, dann machen wir hier einen Cut. Bedanken uns für's zugucken und bis zum nächsten Mal bei Mario Kart. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.